Hallo, ich bin Daniela Welzel und arbeite im Betriebsrestaurant. Ich bin Zukunftsgestalterin, weil das Team und ich auf Nachhaltigkeit achten. Wir verarbeiten regionale und saisonale Produkte, um kurze Lieferwege zu gewährleisten. Dabei verwenden wir überwiegend Bioprodukte, um der Umwelt und unseren Gästen was Gutes zu tun. Gemeinsam gestalten wir eine lebenswerte Zukunft. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.